Hallo Fight-Fans, ich bin's wieder, Markus Wiemann von Ground & Pound TV und ich stehe jetzt zusammen mit meinem Kollegen Tobias Gerold und wir sind heute bei der 1-Jahr-Jubiläumsfeier vom MMA Spirit in Frankfurt, wo heute auch das Seminar mit Werner Le Silva stattfinden wird und wo sich auch viele MMA-Größen angekündigt haben. Daniel Weichel, Christian Eckerlin, Dennis Siever, aber noch viele andere werden hier sein. Tobi, ein paar Namen fallen dir bestimmt auch noch ein. Ja, natürlich fallen mir noch Namen ein, wie Nordin Aschri, wie Janosch, The Rock, Stefan, Sebastian Baron und natürlich freue ich mich besonders auf Fass Falir Shabari, der hat letztes Jahr das Clash-Tournament in Sindelfingen gewonnen, zweifacher WFCA World Champion im Thai-Boxen. Ich denke, es wird eine Riesensache heute werden. Ja, also ich denke auch, wir haben ein volles Programm, wie gesagt, also haben unglaublich viele gute Leute, die wir auch natürlich zum Interview holen werden. Wir werden natürlich Impressionen von MMA Spirit hier vor diesem Gym einfangen, auch damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie der Tag abgelaufen ist. Natürlich auch beim Seminar ein bisschen mitfilmen, also auch den Werner Le Silva mal im Action ein bisschen beobachten. Also wir haben heute ein volles Programm, wir möchten uns natürlich ganz herzlich bei unserem Gastgeber MMA Spirit bedanken. Natürlich auch bei XCFC Fight Nutrition und Vantage Fighting, weil ohne die wäre alles gar nicht so möglich, wie wir das hier machen können. Und natürlich, wenn ihr die deutsche MMA-Szene und Ground & Pound TV unterstützen wollt, kommen wir uns auf unseren YouTube-Channel besuchen, abonniert uns, kommen wir uns auf Facebook besuchen und natürlich könnt ihr uns auch auf Twitter folgen. Wir werden heute ein tolles Programm haben, viel Spaß haben und ich denke, ihr mit uns auch. Vielen Dank. Vielen Dank.